Hallo zusammen, ich bin wieder heute und tschüss wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen mal wieder den Great Vault öffnen und dazu war ich letzte Woche unterwegs sowohl mit meinem Main als auch mit meinem Hunter. Und ja, ich habe jetzt nicht sonderlich viel gemacht, aber zumindest habe ich die eine Timewalker-Inni absolviert und zwar um ein paar zeitverzerrte Abzeichen zu bekommen oder zeitverzerrte Abzeichen, so rum. Und ja, will jetzt auch mal testen, wie es aussieht, ob ich dementsprechend ein Item aus dem aktuellen M-Plus-Pool kriege. Müsste so sein, sicher weiß ich es nicht und jetzt gucken wir einfach mal rein. Also ich habe ein Item drin aus Dämmerung der Ewigkeit. Das scheint auf jeden Fall schon mal zu passen. Okay, gut, so viel dazu. Leider brauche ich das jetzt hier nicht, ne? Thema kaufe ich aus der Instanz schon. Aber das Gute ist, dann kann ich aus dem M-Plus-Pool die Sachen kriegen, auch die, die es nur die Season gibt. Gibt ja das ein oder andere Item, das man quasi zum Beispiel aus der Rabenwehr nur in der Season kriegen kann. Und ich versuche das darüber so ein bisschen zu kriegen. Vor allem, wenn dann eine Timewalker-Variante ist, zum Beispiel Burning Crusade, Wattle oder Cutter, wo ich einen Haufen Items brauche, kann ich mit allen möglichen Chars das farmen. Also die Information ist jetzt schon mal gut. Nehmen wir das für mein Gear bringt mir das jetzt natürlich relativ wenig, ist nur 4,41. Also da habe ich jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich großen Nutzen draus. Ich habe ein bisschen mein normales Gear abgegradet, habe ein paar PvP-Teile gekauft, aber sonderlich viel Endgame bin ich jetzt aktuell mit dem, scheinbar, nicht am machen. Aber ich kann es wahrscheinlich irgendwann in den Katalysator packen, um dann LFR-Tmog zu bekommen. Also dafür ist es auf jeden Fall schon mal gut. So, gut, dann schauen wir noch auf meinem Hunter. Und zwar habe ich auf dem auch eine M-Plus-Null-Instanz gemacht. Hat den Hintergrund, ich habe eine ID besorgt für, schauen wir mal, ob sie noch da ist. Und zwar Dämmerung der Ewigen, das ist das Mega-Dungeon. Habe da 7 von 8 Bossen gekillt, um dementsprechend immer eine ID für einen Endboss zu haben. Habe das letzte Woche auch mit ein paar Leuten aus dem Streaming gemacht, sind dann einige Male rein. Und so kann man eigentlich relativ schnell immer den Endboss dann quasi abfarmen, um dementsprechend diese, ja, T-Mog-Tokens zu bekommen, beziehungsweise für Leute, die es noch brauchen, halt die Mount-Token. Ich denke mal, vielleicht werde ich es nächste Woche, wenn man da immer noch ein paar Leute hat, die da Bock drauf haben, ein bisschen intensiver abfarmen. Zusätzlich müsste es ein M-Plus-Item hier geben, also zumindest eins aus dem M-Plus-Pool. Und jetzt schauen wir mal, was da Schönes drin ist. Vielleicht kann ich das sogar brauchen. Das ist eine Schuld. Oh, ich hätte jetzt sogar ein Tierteil bekommen. Interesting. Na komm, das nehmen wir doch mit. Wunderbar. Ich überlege, für 50? Das müsste NAC sein, ne? Oder ist das LFR-Quali? Ne, das ist LFR-Quali. Wenn ich das upgrade, dann kriege ich vielleicht sogar noch ein T-Mog. Oder habe ich so Items? Ich habe so Items zum Upgraden. Hmm. Wollen wir mal schauen, ob ich vielleicht noch ein Normal-T-Mog kriege, wenn ich es upgrade. Bei den Raid-Items ist es ja davon abhängig, was man für ein Item-Level hat. Halt, stopp. Da müssen wir hin. Upgrade-Typen. Der hier müsste es sein. So, jetzt schauen wir mal. Packen wir mal alles drauf, was wir haben. Ah, seht ihr? Ich habe noch ein T-Mog bekommen. Das ist jetzt auf NHC-Niveau. Heißt, jetzt habe ich damit das NHC und HC T-Mog. Ja, schon mal nicht schlecht. Musste ich sogar nicht meinen Katalysator-Charge aufbrauchen. Nicht verkehrt. Gut, so viel dazu. Mehr war es tatsächlich gar nicht. Bin jetzt aktuell mehr am Collecten. Aber das sind jetzt so einzelne kleine Sachen, die ich am machen bin, um dementsprechend so, ja, die eine oder andere Info noch reinzuholen. Wenn jetzt mal wieder eine richtige Time-Walker-Woche ist, dann werde ich, denke ich mal, mit einigen Chars das farmen. Und eventuell kriegen wir dann die Items noch, die quasi in der aktuellen Season mit drin sind. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich damit überhaupt meine. Und zwar, wenn ich jetzt hier raufgehe, auf Legion und dann hier auf der Rabenwehr, gibt es aktuell in der Season Waffen. Weil ja eigentlich in Legion gab es ja die Artefakt-Waffen. Und dementsprechend sind jetzt temporär, also nur während der Season, hier Waffen drin. Weil sobald die Rabenwehr nicht mehr aktiv im M-Plus ist, sind die raus. Und die müsste es dann auch in den Pool über M-Plus kriegen. Und da bin ich am Hoffen, dass ich quasi, wenn eine richtige Time-Walker-Woche ist, Time-Walker laufen kann. Und über den Vault dann dementsprechend nochmal einen Loot kriege und ja, vielleicht die Waffen mit drin sind. Aber das muss man mal gucken. Funktionieren scheint es ja schon mal. Der Pool wird aber halt relativ groß dann sein, weil das aus allen M-Plus dann ist. Also mal gucken, ob sich das ja wirklich rentiert. Aber zumindest in der Theorie soll es schon mal klappen. Guti, soviel dazu. Dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in den Kommentar, was ihr so bekommen habt. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tchela. Bis dahin. Ciao.